hallo liebe kunden freunde und lki partner am 16 9 das ist ein mittwoch ist es wieder soweit und die power messe öffnet als einzige sanitärmesse ihre türen von 10 bis um 21 uhr werden alle hersteller anwesend sein und in ruhiger persönlicher atmosphäre für sie für euch da sein natürlich mit abstand ja was gibt es zu zeigen was gibt es zu präsentieren bei erlau gibt es die stabilste duschstange der welt schaut euch an wie eine nette junge dame dort klimmzüge machen wird in kombination wird diva sein ein spritzschutz präsentieren der gleichzeitig auch eine reling hat wo man sich daran festhalten kann wo leute die hilfe brauchen im duschbereich tatsächlich halt finden und natürlich darüber hinaus gibt es noch neue beschläge die gezeigt werden beziehungsweise neues beschlags design mein core ja mein core versprochen ein rohr dabei zu haben wo alle tatsächlich sich darüber freuen werden was auch immer sein wird mein core vertrete ich ja nicht aber seid gespannt wird mit sich etwas tolles sein m3b präsentiert die einfachste software der branche hier soll alles mit möglich sein schaut euch an da wisst ihr auch besser bescheid als ich denn ihr plant ja deutlich deutlich öfter als ich es tue ja neu zeigt genau den einbauspielschrank der maßvariabel ist der in der einbautiefe und breite auf wunschmaß gefertigt wird und darüber hinaus natürlich noch zwei drei andere dinge wie man carlo fatini ja torsten ist vor ort und hat wieder eine tolle aktion dabei ganz klar er wird die neue serie fit vorstellen die bald bei uns im deutschmarkt verfügbar sein wird und hat auch noch weitere neuheiten dabei da will ich aber nicht so viel zu verraten wer ist noch da ja mausberger mausberger stellt eine duschwanne vor die in 12,3 minuten montierbar ist in 12,3 minuten eine duschwanne montierbar sollte man sehen wer wirklich zeit auf der baustelle sparen will und dem monteur das leicht machen möchte der sollte sich das auf jeden fall anschauen darüber hinaus bringt natürlich auch der mausberger wieder seine tollen freistehenden mineralwerkstoff wannen mit auch mit einem ganz speziellen tollen außendesign ist da eine schürze gestaltet müsst euch anschauen und auch mal anfassen ist wirklich klasse ja natürlich die whirlpool systeme werden auch gezeigt sind auch zum testen vor ort so dass man da auch mal ja sich den ärmel hochkrempelt und den arm mal nass machen kann ja last but but not least ist der herr stöpfler oder der aron demski von flaminia dabei und wird tolle keramikfarben zeigen und ein tolles design wo ihr euch darauf freuen könnt also das sieht schon wirklich mega aus und ist sehens und anfassenswert diesmal auf der power messer gibt es auch was ganz tolles zu gewinnen es gab ja in der vergangenheit immer schon was als kleines giveaway aber diesmal gibt es was tolles zu gewinnen für jemanden der vor ort ist und dabei ist aktiv mitmacht der unternehmer sage ich jetzt mal einfach bekommt von uns ein kamerateam also wir verlosen ein kamerateam für einen tag das team kommt zu euch in die firma macht einen recruiting film macht einen image film vom unternehmen oder auch nur ich sag mal einen film der der ausstellung was sie dann viral nutzen können für social media oder sonstige kanäle wo ihr es gerne veröffentlichen wollt oder einfach nur auf die website stellt das ist möglich ein kamerateam also es hat einen wert von locker dreieinhalb tausend euro wenn man so ein team sich zusammenstellen würde und kommen lassen würde also von daher allein das ist schon ein highlight weswegen ich auch kommen würde aber eben halt auch nur auch die anderen dinge sind mindestens genauso wichtig ja also wir haben ein tolles konzept ein tolles hygienekonzept so dass alle sicher sein können dass wir safe machen dass was mit abstand machen wir haben eine riesengroße halle dies ich glaube drei viertausend quadratmeter groß das volumen der halle das luftvolumen wird einmal die stunde umgewälzt und also da ist alles safe wir sind damit der stadt leverkusen im direkten gespräch die da natürlich auch sehr darauf achtet und von daher dürft ihr davon ausgehen dass das alles safe ist für euch und natürlich auch für uns wo wir dort da sind und ausstellen also jetzt bleibt nur noch eins geht auf meine webseite www lki minus las köhler punkt de mit oeh las köhler punkt de drückt den button power messe und meldet euch sofort an das ist für uns wichtig wir brauchen die anmeldung wir müssen wir müssen wissen wann ihr kommt um das catering vorzubereiten und auch da sicher zu sein zu wissen wer kommt mit vielen personen ja bitte also sofort klicken www lki minus las köhler die power messe button klicken eintragen und dann seid ihr dabei oder ihr direkt auf die www power messe punkt de seite dort könnt ihr euch auch anmelden ganz klar tickets werden nicht benötigt ihr bekommt nachher eine e mail geschickt dass ihr angemeldet seid und könnt dann ohne tickets ohne irgendwas bei uns einfach zur messe dann zu der zeit wo ich eingetragen hat auftauchen und ihr seid dabei also ich freue mich und denkt dran kamerateam gewinnt nur einer also dabei sein tschüss